Röbi, du spielst ein ganz besonderes Instrument aus. Du spielst Röbli. Und wie funktioniert das? Hier bohrt man ein Loch, macht ein paar Löcher oben hinein, legt ein Trichter drauf, nimmt man ein Saxophon oder eine Klarinettenschnabel, steckt er drauf und spielt einfach nichts. Geht das auch mit einer Salatgurke? Das geht auch mit einer Salatgurke.